Hallo meine lieben Freunde und Willkommen zurück bei Survival Modus. Joa! Nächster Charakter ist... Dam 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 eh egal. Ähm... Crocodile! Spontan aus dem Bauch heraus. Sir Crocodile! Like Sir! Fight! Kommando Liste. Desert Loon, Desert Mirage. Sunstorm. Sandstorm. Desert Sparda. Und... Charge? Superattacke Charge. Okay. Crown Seko, Crown Dead. Gut. Woah... Woah... Pretty much strong. Ja, doch... Relativ stark. Ja, er hat eine ähnliche Attacke wie Mihawk. Also ist er auch ähnlich stark. Gerade zumindest. Woah... Vor allem der Sandstorm ist halt heftig. Boah, das regnet ja nur so. Äh... Aua... Arsch... Kaputt. Äh... Einmal zerstre... Zweimal zerstre... Kann ich gar nicht richtig ausdrücken, wie schnell das geht. Oh, da ist noch einer. Der hier noch. Und der hier auch. Der die ganze Zeit nur noch Attackebefehle zu Leuten schreit, die er nicht mehr hat. Aufwalt. Au. Au. Waaaaah... Oh, coole Rennanimation. Ah, Angriff. Yeah. Der auch. Oh. Ganz viel Health. Ja, mit ihm werden wir keine Probleme haben. Das sehe ich jetzt schon. Gab es eigentlich noch einen Hard-Modus von diesem Modus, einen Hard-Modus von diesem Modus. Au. Bam. Ja, keine Sorgen zu machen, dass wir hier gewinnen. Außer es passiert jetzt plötzlich etwas total verrücktes. Du auch noch. Bam. Nice. Achso. Achso, ich kann mich, wenn ich A gedrückt halte, kann ich mich zum Gegner hin teleportieren. Cool. Bam. Ah, ich habe es gebrochen, du Arsch. Stein. Boah, ist das stark. Ich weiß, das sage ich bei jedem, aber wow. Das ist schon ziemlich heftig. Ich konnte noch gar nicht mal wirklich die Super-Attacke ausprobieren. Musste auch nicht wirklich. In Unlimited Goose war das, glaube ich, einiges schwerer. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder ich habe einfach nur ein bisschen Übung in dem Spiel bekommen. Cool. Ja. 1, 2. 1, 2. Break-Shot. 1, 2. Break-Shot. Ok, sollen wir mal... Aua, muss ja natürlich aufpassen. Aufladen! Eins, zwei. Ja, die Super-Attacke war ganz okay. Auch wenn es mich ein bisschen weggedrückt hat, weil er gerade eine Attacke gemacht hat. Schönes End-Build, der Krokodil. Ha, schöne Physik-Effekte für seinen Mantel, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist gar keine Animation, sondern das ist tatsächlich berechnet. 3,31, das dürfte sehr gut sein. Joa. Gut, haben wir wieder mal ein. Äh, joa. Ich glaube, mit dieser Aufnahmesession war es das erstmal. Abonnieren, kommentieren, favorisieren. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute!